Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Eistee mit Weinbrand. Der Eistee mit Weinbrand ist ein erfrischendes Getränk, das sich an den Eistee anlehnt. Aber es hat einen kleinen Kick von Weinbrand. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 3 Teelöffel schwarzer Tee, halbe Liter Wasser, Eiswürfel, 4 Zentiliter Weinbrand, Zucker, Zitrone. Folgende Utensilien werden benötigt. Kanne, 4 Tumbler. Zubereitung Das Wasser kochen lassen und in eine Kanne geben. Den schwarzen Tee in einem Teefilter dazugeben. 3 Minuten ziehen lassen. Die Eiswürfel auf die Tumbler verteilen. Den Weinbrand auf das Eis geben. Den Tee vorsichtig in die Tumbler gießen. Nach Geschmack süßen. Die Zitrone in Scheiben schneiden. Mit einer Zitronenscheibe garnieren. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!